Im nördlichen Vogtland konnten die Wanderwege von den Bahnhöfen in Reichenbach und Necktschgau zur Gölschlerbrücke und zurück mit Wanderaufklebern und Schildern gekennzeichnet werden. Die Beschilderung erfolgte vom Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland e.V. mit finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Reichenbach. Somit wird es beispielsweise möglich von der Gölschlerbrücke vorbei am Necktschgau Schloss zum Necktschgau Bahnhof zu gelangen, in einer vierminütigen Fahrt des 8. Weltwunder zu überqueren und vom Reichenbacher Bahnhof wieder zurück zur Gölschlerbrücke zu wandern.